Säulung bis da draußen. Weiter geht's mit RimWorld und unseren Androiden, die alle versklaven. Moment, bauen wir hier oben noch einen Raum für unsere Gäste. Da sind einige dran an den Böden. Ansonsten haben wir uns endlich hier... Ach, die Mütze ist zerfallen. Ansonsten haben wir uns endlich von der biologischen Nahrung abgewandt. Was ist denn hier im Weg? Das Ding ist im Weg. Tja, können wir das hier... Nee, können wir das... Nee. Pass halt hier oben hin. Montiert das mal um. Dann brauchen wir noch den Strom dahin. So, da ist sie dann auch gleich fertig mit dem ganzen Kupfer. Verfällt nicht, oder? Das heißt, hier kann auch Kupfer hin. Kupfer Ohr. Kupfer Ohr. So, Mörser haben wir auch schon abgeschlossen. Heieieieieiei. Hm, Trothetik brauchen wir das. Haubitzenkanonen. Das ist natürlich schon krass. Wir hatten ja hier hinten... Gab's doch auch noch verbesserte Geschütztürme irgendwie, oder? Hier hoch. E. KI-Implantate. Mini-Geschütz. Alter, was? Heavy Weapons. Hier. Auto-Kanonen-Turm. Heavy Auto-Turrents. Mach mal das hier. Es geht eine Weile. Da werden wir noch einiges vorher brauchen, aber... Was soll's? Äh, wo bin ich? Bin weg. 412 macht ja eh nichts anderes, außer hier lustig forschen. mhm. Wie weit ist denn der da schon? Ja, was heißt schon? Er ist erst bei 14. Ja. Draußen ist immer noch kalt. Starker Schneefall und 4 Grad. Ich dachte, wir sind hier im Dschungel. So was. Äh, eigentlich können wir den Raum hier... Äh, ne komm. Wir lassen den mal so. Ich weiß nicht, wozu diese Nische sein soll. Mal irgendwann. Aber vielleicht brauchen wir die mal. So, da brauchen wir noch Bauteile. Wie sieht's denn da aus? Schlecht. 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 Eher als schlecht. Dann wieder keine Bauteile am Start. Kenn ich. Kenn ich. Ja, waren welche. Die sind weg. Das heißt, wir können hier relativ... Hier sind zumindest schon Bauteile. Das ist okay. Wenn wir endlich Plastal kaufen oder finden können. Oder Gold. Dann können wir das machen. Ich könnte mir auch so eine Sklavenmine machen. Irgendwann. So, jetzt haben wir aber hier das. Das wollte ich ja haben. Und dann bitte... Äh... Räumchen hier irgendwie hin. Hm. Eigentlich ist das hier total blöd. Das interessiert die auch nicht, ne? Was für einen Raum die haben, oder? Endwegs imposanter Freizeitraum. Okay. Okay. Also das hier ist natürlich nicht schön. Aber vielleicht können wir für die einen anderen Raum herrichten. Wo die sich immer kurz aufladen. So einen, äh... Guck. Mach den jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal. Dass wir denen so einen, äh... Mega coolen Raum machen. Was ist das? Ein Sprunghund? Wieso... Wieso bist du hier? Was bist du? Das Konzept, das der Erschaffung der Sprunghunde zugrunde lag, war denkbar einfach. Die DNA eines Animafuchses wurde in das Genom eines treuen Hundes eingepflanzt, um eine Kreatur zu schaffen, die immer kommt, wenn sie gerufen wird und die in der Lage ist, die Wünsche ihres Psy... Psyonisch zu erkennen. Das Ergebnis war jedoch völlig unerwartet. Sprunghunde setzen ihre latenten Psyonischen Kräfte unkontrolliert ein, um in die Existenz hinein und wieder heraus zu blinzeln, was sie extrem unberechenbar macht. Sprunghunde setzen diese Psyonischen Kräfte ständig ein, es sei denn, sie essen oder schlafen. Ein angreifender Sprunghund teleportiert sich schnell in die Nähe seiner Feinde, wodurch viele Verteidigungsanlagen wie Barrikaden und Mauern völlig nützlos werden. Ähm... Ich, ähm... Ich will den nicht hier drin haben. Ah ja, guck, jetzt brauchen wir hier noch Strom. Da brauchen wir bestimmt so ein bestimmtes Stromkabel. Wasserfestes Stromkabel. Mindestens bis dahin. Ah... Ähm... Lieber Sprunghund, du wirst sterben müssen, weil ich nicht möchte, dass du hier in meiner Kolonie rumspringst. Äh... Schauen wir mal. Wenn der sich schnell irgendwie... Guck mal, der hat sich grad weg teleportiert. Äh... Warte mal. Vielleicht ist das gar nicht gut. Er springt hier die ganze Zeit rum. Tju tju... Tju tju... Biosprit raffinerieren. Das ist natürlich schon praktisch. Das Sprit können wir schon, glaube ich, brauchen. Dann brauchen wir so eine... Bio-Sprit... Raffinerie. Hm... Moment noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht haut der auch wieder ab. Uh... Er springt hier überall rein. Ist das geil. Weil ich denke, wenn ich den jetzt angreife, dann springt der mich ja an. Das heißt, wir bräuchten noch eine gute Nahkampfwaffe. Hier sowas. Knüppel aus Stahl. Naja. Ist nicht so prickelnd. Oh, hier werden sogar... Das ist biokodiert. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen... ähm... Grematorium. Granitblöcke haben wir das. Ja. Da brauchen wir auch Bauteile für. Ist das blöd. Egal. Wir tun es trotzdem mal hier hinstellen. Ähm... Damit wir das Zeug verbrennen können. Guck mal, jetzt ist es hier draußen gewesen. Ist... Wenn wir hier. Was für ein... Ein Viech, ey. Aber wir lassen ihn mal. Vielleicht... Äh... Geht er ja wieder weg. Oder wird zahm. Oder was weiß ich. Was ist das denn? Donnerbestie. Die Donnerbestie ist ein schweineähnliches Säugetier, das in der Lage ist, große elektrische Ströme durch ein hoch spezialisiertes Nervensystem zu erzeugen, das in der Lage ist, die Aktivität scheibenförmiger stromproduzierender Zellen zu synchronisieren, die in einem spezialisierten elektrischen Organ zusammengefasst sind. Obwohl sie ursprünglich geschaffen wurden, um ähnlich wie Tetraschnecken Bioelektrizität zu erzeugen, haben sich Donnerbestien im Laufe der Jahrhunderte natürlich weiterentwickelt, was sie extrem instabil macht. Donnerbiester können Stromstöße über große Entfernungen freisetzen und wenn sie geschlachtet werden, haben sie negative Auswirkungen auf das Wetter. Zum Glück machen Raubtiere normalerweise einen großen Bogen um sie... Alter, was für Viecher, ne? Was für Viecher. So. Entwässerungspumpe. Hier haben wir jetzt auch genug Wasser drin, oder? Ja, läuft. Läuft. Ihr habt hier ja wenigstens... Ihr seid ja richtig verwöhnt hier, die Sklaven. Junge, Junge. Total verwöhnte Sklaven. Sonst brauchen wir... Aber die Dinger brauchen wir nicht mehr, ne? Kasus. Da haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Können wir hier noch irgendwas hinproduzieren? Das Ding. Grinding Raw Plants. Grinding Raw Plants. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir eigentlich nicht. Was ist los? Was ist los? Vorratskapsel. Was ist das? Tee. Tee. Bei Tee kannst du dir mal sonst wohin teen, Junge. Brauch kein Mensch. Ich brauche kein Tee. Hier. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, sonst erstmal nichts im Moment hier. Aber... Die sind aber auch beschäftigt hier oben mit diesen blöden Fliesen. Habt das dann Ball? Ich meine, das ist dann hier echt nicht schön. Das hier... Wie sieht es mit unserer Holz... Links aus? Noch 500. Tut mal hier irgendjemand noch abbauen? Sandstein. Aha. Ich kann jetzt Plastik machen aus Dark Oil. Aber wie kann ich denn Dark Oil herstellen? A small machine used to extract simple plastics in different shapes and ways that can be used to build and craft. This is fast and produce a great amount of Plastik. Würde mich schon mal interessieren. Wie das funktioniert. Wir bauen uns mal hier hin. Ich glaube, wir können es ja eh noch nicht bauen. Wir sind hier ungünstige Temperaturen. Minus 3 Grad ist doch supi. Aber noch keine, weil wir im Moment keine Dings haben. Keine Bauteile. So. Okay, der Raum da oben ist fast fertig. Jetzt haben sie es hier oben auch fertig. Okay. Jetzt wollte ich mal gucken... Hier haben wir so 300 Sandsteinblöcke. Reicht das für den Boden? Jetzt werden wir nicht so aufwändig nehmen. Aber die kosten alle 4, ne? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Steel. Ein Stone. Okay. Ein Knochenboden ist natürlich auch super. Hier brauchen wir auch 4, ja. Für einen Pfad, na gut. Wir brauchen also immer 4. Und außerdem haben wir da noch so... Naja, gut. Was soll's. Da sind noch Spinnweben. Die können wir nicht nehmen. Die können wir auch nicht entfernen. Wir brauchen also aber noch mehr Sandsteinblöcke. Das sollen die halt mal machen. Ach, jetzt ist der... Tatsächlich habe ich noch Bauteile gehabt? Was? You have intercepted several strange electronic signals near me. While harmless on their own, such signals are often an indicator of mechanoid activity in the area. Some of larger mechanics have heavy armor that will easily deflect a rifle fire. 112 says you will need something that can defeat at least 20mm RHA Molotov cocktails, which can sink into openings and overheat internal... EMP weapons which can destroy executes. Okay. Das heißt, wir brauchen Molotov. Jetzt kann ich die noch mal bauen. War das nicht hier? Hier wäre... Banaten. Leergun. Leergun. Leider nicht. Leider nicht. Ich hab doch Energiewaffen. Also eigentlich müsste das doch reichen. Jetzt hab ich hier... Ah doch, zwei Bauteile hab ich. Machst du denn jetzt? Ach so, dahin. Okay. Hatte ich doch noch Bauteile? Oder hab ich die jetzt übersehen? Ah, hier sind immer noch zwei. Ah. Drogenherstellung ist auch abgeschlossen. Ähm. Das heißt, wir brauchen echt noch so eine Raffinerie. Damit wir... Ähm. Ja, äh, äh. Das ist hier zu eng. Das gefällt mir nicht. Machen wir hier rein. Die großen Sachen kommen hier rein. Ungünstige Temperatur. Ja, das wissen wir. Ähm. Nichtsdestotrotz. Damit wir also, ähm, Kraftstoff haben. Zum... Bauen solcher Waffen... Scheint also, dass Mechanoiden sich auf den Weg machen. Ach, hier draußen wird endlich auch mal weitergemacht. Wollte mich ja schon ewig mal wieder um die... Killzone kümmern. Ist nicht drin, ne? Hinten sammeln sich die Viecher. Oh. Oh. Unberührte... Ruinen in der Nähe schon wieder entdeckt. Auch gut. So, hier oben. Das wird unser toller Raum. Einen schönen Holzboden rein. Oder? Äh, damit das einigermaßen aussieht. Gibt's das auch aus Holz? Ne. Justikale Parkett. Und ein paar Kett. Schon. Und ein paar Kett. Oh, das ist teuer. Ist das teuer. Eigentlich brauchen wir da jetzt auch nicht solche... Döden hier. Komm, hier. Vertikale dealen. Dann kommen da die Teile rein. Weil hier ist es echt nicht schön. Da hat... Da haben sie mal recht. Wenn wir da den... Wir könnten hier einfach den Boden glätten. Komm. Geht besser. Äh... Oberfläche glätten. So, hier. Dann wird das der Raum, der es sein soll. So, und hier ist es auch fertig. Dann können wir das größer machen. Mindestens mal so groß wie hier oben. Wenn ihr da fertig seid. Okay, jetzt können wir den... Zumindest mal... Äh... Gäste-Doppelbett hier... Äh... Hinmachen. Wird aber nicht billig bei mir zu wohnen. Das sag ich euch jetzt schon. Mh... Grünfernseher? Ne. Noch nicht. Mal schauen. Muss ich erstmal aufladen. So, was ist hier los? Abfluss verstopft. Na toll. Ihr seid mehr welche. Was ist hier jetzt? Immer noch blockiert hier. Dann hier nicht mehr blockiert. Menschen-Skinner. Nichts funktioniert. Doch hier wollte ich noch sagen, dass das für Gefangene ist. Viel zu tun, aber die... Die machen das gut. Die machen das hier gut. Es kommt auch kein Überfall. Nix. Also... Ahja. Was für Dinger. Menschen-Jagende... Wiesen-Ave. Ein großer, flugunfähiger Vogel mit bunnen Federn, meistens in den Ebenen zu finden, wo sie Früchte und Beeren essen. Sie ziehen die Augen und Hände derer an, die vorbeiziehen. Viele vergessen, dass sich unter dem majestätischen gefiederten Mantel ein Wildtier mit einem Rasiermesser scharfen Schnabel und passenden Krallen befindet. Na super. Wiesen-Aves sind erstaunliche Reittiere, viel schneller als Pferde und wenn sie richtig trainiert sind, können sie mit unglaublicher Geschwindigkeit in den Kampf geritten werden. Oh, diese Interaktion erfordert den Giddy-Up-Kampfreiter-Modus. Wenn die Wiesen-Aves dann als Reitpferde verwendet werden, bewegen sie sich um 50% schneller. Cool. Das sind zwei Stück. Piep, 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 piep. Okay, wenn die so schnell sind... Dann müssen wir schon mal hier ein bisschen uns... Zumindest dich mal hinstellen. Lef, du kannst doch auch mal irgendwie eine Waffe nehmen, oder? Wenigstens ist das Repetiergewehr gekommen. Eckart, stelle ich auch mal hier raus. Auch. Die kommen jetzt hier angedoubelt. Kannst du auch mal schießen? Ah ja. Meiner ist schon down. Ah ja, gut. Äh... Mach mal tot. Okay, dann braucht ihr nicht mehr. Dann braucht ihr das nicht mehr. Ist alles okay. Eckart. Ähm... Dir gebe ich aber trotzdem noch irgendwie... Irgendeine Waffe, glaube ich. Irgendeine Nahkampfwaffe. Äh... Äh... Kann ich die denn wieder bauen? Hier, glaube ich. Äh... Püppel irgendwie. Ah, die andere Waffe hatte ich verkauft, ne? Die andere Nahkampfwaffe, aber... Ich glaube, für ihn ist es nicht schlecht, wenn er eine hat. Ähm... Um sich mal zu wehren, falls es sein muss. So, die hätte ich natürlich gerne gedomestiziert, die Viecher. Aber anscheinend sollte das nicht so sein. So. Der hier, Aufgabe hinzufügen. Äh... Leicht verbrennen. Nein. Kleine Waffen verbrennen. Zwar... Bitte... Nur biokodiert. Was machst du immer? Eckart. Brauche Material. Hier ist doch Material. Wieso kann er das nicht machen? Äh... Ansonsten... Alles erlauben. Nur nicht biokodiert. Hm... Geht das verstehen? Brauchen Material. Pfff... Mach mal Strom aus. Das brauchen wir dann erstmal nicht. Mh... Mh... Tip. So, da gibt es noch einiges zu tun jetzt hier. Kann mal jemand das Klo entstopfen? Left. Nee. Komm, das könnt ihr schon selber machen, Leute, ne? Was macht er denn? Er entspannt sich mit anderen. Hier. Damit ihr wieder aufs Klo kommen könnt. Na, jetzt kriegen wir hier hinten mal die Betten zumindest hin. Guck mal dann auch mal noch, äh... Wie teuer sollen wir es denn machen? Ah, so 50 Silber. Pro Nacht. Gucken. Dann noch Leute kommen. Oder ob sie es sich leisten können. Aber die kriegen ja vorher dann noch hier... Ach, wir sind auf Jade gestoßen. Das ist toll. Wir kriegen ja vorher dann noch hier einen, ähm... Tollen Raum zum sich Vergnügen. Das muss noch alles weg. Jei, 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 jei. So viel arbeiten. Vielleicht das hier. Ach, das Lagerfeuer. Hier haben wir noch den Sklavenkörpergurt aus Menschenhaut. Schlechte Qualität. Und das hier will ich endlich machen. Komplar Stahl. Engine Skinner. Was haben wir denn hier? Zinn. Brauchen wir nicht. Polymer Materials. Aha. Das hier geht nicht fertig, weil uns da Bauteile fehlen. Können wir jetzt da machen mit. Mit dem Polymer. Synth Wafer. High-Tech Automatik Tools like Waving Chemical Injectors. Fernases that can be used to synthesize different types of dark oil based materials. Also ich brauche ja da erstmal Öl. Ne? Bevor ich dieses Plastik machen kann, oder? Wie soll ich denn an Öl kommen? Das geht hier runter, geht hier runter. Pathetische Stoffe. Soylent Machine to make Soylent von Polymer. Hä? Was ist das? Was ist das Soylent? Keine Ahnung. Was heißt denn Soylent? Was heißt denn Soylent? Was heißt denn das wieder? Kurz mal, kurz mal gleich mal, gleich mal googeln gleich. Lassen die jetzt erstmal weitermachen. Gucken wir hier mal Übersetzer. Was ist denn nochmal Soylent? Soylent. Sojabohnenöl. Aha. Kann also Sojabohnenöl machen. Daraus hier Zeug. Aber das ist nicht das, was ich gemeint habe. Ungewinnung. Wo kriege ich denn Öl her? Deacon ist verwirrt. Hat Alien Meat gegessen. Ja, aber was machst du denn auch für Sachen? Was Menschenfleisch? Oh, dem geht es gar nicht gut. Eieieieieiei. Eieieieiei. Eieieieiei. Es ist dunkel, ja klar. Natürlich, Entschuldigung, wir brauchen hier noch Licht. Oh, Leid. Ja, ein normales Licht hier drüben reicht doch. Im Klo. Sind ja nicht so. So, und dann können wir hier nämlich auch noch Licht machen. Und Strom. Wobei ich da jetzt aber erstmal noch da alles glätten will eigentlich. Da Ström hinkriegen. Bauen die das doch hier weg. Glaube ich. Das erstmal hier. Aha, der Dazen wurde beruhigt. Der Eckart ist einfach super. Der kann das. Der kann das. Ja, guck mal. Jetzt kommen sie. Sind doch hier ein Mensch. Es ist ein Mensch. Aber es ist auch, vielleicht ist es sein T1 mit seinem Sklaven. Ich glaube nicht. Das gefällt mir nicht. Ja, wir sind jetzt hier aber noch am Ausbauen unserer unserer tollen Sache. Aber ihr könnt von mir erstmal hier reinkommen. Warum ich auch immer hier in die hier reinkommt. In mein Lager mal kurz reingeguckt habe. So nach dem Motto, was hat er denn da? Was hat er denn da? Überall Lager. Ja, da muss jetzt noch irgendwie Strom hin. Müssen wir halt hier mal das Stromkabel da hinlegen. Was soll's, ne? Lass halt mal hier so hin. Nicht genügend beste Betten. Gast kann Bett reservieren. Ein Bett. Benötigt. Wieso? Wo ist denn das Bett? Kann das mal jemand da hintragen? Schnell. Eckart. Sklavenausbruch. Bist du blöd? Ich werde dich doch leider erschießen müssen. Kann ich die jetzt nicht so fangen? Mit der Faust vielleicht? Ah ja. Gott zurück ins Sklavenbett bringen. Wollte die doch tatsächlich abhauen. Die Libby. Sachen gibt's. Eckart, du bist schon da bereit, ja? Geh, behandle erst mal bitte sie. Weil, ähm. Ja, kann schon wieder laufen. Alles gut. Gut. Ist die nicht genug unterdrückt gewesen? Wollen wir die noch mehr unterdrücken? Sachen gibt's. So, jetzt sind doch die Betten hier. Guck mal. Reserviert sich ein Bett. Ach Mist. Das. Wollte ja auch 50 kosten. Biete Günstler oder schenke ihnen etwas Silber. Ah, es ist zu teuer. Aber ich sehe schon. Vielleicht. Alter, kannst du dir kein Bett leisten. Gast hat nichts zu essen? Ja, hier ist doch Essen. Ah, ich kann das einstellen. Ja, guck mal. Hallo. Da muss ich erst mal hier sagen. Okay, pass mal auf. Kein Einkauf. Muss ich denen das jetzt zeigen, dass die das denn? Erhalten. Kraft aufbauen. Ja, mit Flint vielleicht. Kite einkaufen. Kauf zum Smart. Biete Essen zum Kauf an. Verwende einen Nährstoffpastenspender als Automaten oder schenke ihnen Silber oder Rationen. Du kannst auch einstellen, dass Gäste Essen umsonst nehmen dürfen. Wo kann ich das denn einstellen? Gast. Oh, falls du ganz von mir. Das ist doch. Schaut auf, ihr könnt hin, wo ihr wollt. Aber. Essen ist kostenlos, Gäste. Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. Da müsste es doch weggehen hier, oder? Ja, 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 wunderbar. So, jetzt können wir auch schon bessere Waffen herstellen. Und wir haben unsere ersten Gäste. Mal gucken, wie es denen gefällt. Das, denke ich, sehen wir beim nächsten Mal, ne, Leute? Macht's gut. Bis dann. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.